Leute, Bitcoin hat jetzt eine kleine Konsolidierungsphase um die 11.000 Dollar hingelegt. Man muss sagen, durch diese Konsolidierungsphase können wir jetzt deutlich besser erkennen, was der Bitcoin-Kurs in den nächsten Stunden und auch in den nächsten Tagen machen wird. Das heißt, falls das für euch interessant ist, bleibt auf jeden Fall mal dran, denn ich werde euch heute ganz genau sagen, bei welchen Kursen ich nochmal nachkaufen werde und vor allen Dingen, was für Trades ich in den nächsten Tagen eröffnen werde. Das heißt, falls euch das interessiert, bleibt jetzt wie gesagt auf jeden Fall mal dran. Ansonsten Leute, machen wir natürlich wie in jedem Video ein 50 Dollar Bitcoin-Giveaway. Falls ihr diese 50 Dollar hier bei diesem Video gewinnen wollt, müsst ihr nur eine einzige Sache machen und zwar diesen Kanal hier abonnieren, die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button aktivieren und ihr müsst mir einen Kommentar schreiben mit eurer Meinung zu diesem Video und eurer Bitcoin-Adresse, dann könnt ihr auch schon gewinnen. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer darüber freuen, wenn wir es versuchen würden, die 1.000 Daumen nach oben hier bei diesem Video zu knacken. Beim letzten Video haben wir es wirklich fast geschafft, 915 Daumen nach oben. Ich denke, bei diesem Video können wir die 1.000 Daumen nach oben auf jeden Fall mal knacken. Das heißt, falls ihr jetzt runterscrollt und seht, wir haben die 1.000 Daumen nach oben noch nicht erreicht, dann gebt dem Video einfach mal einen Daumen nach oben. Und ansonsten, bevor wir uns den Bitcoin-Kurs jetzt etwas genauer anschauen, Leute, wollte ich euch mal ein kleines Update geben und zwar zu high. Das war nämlich auch der Top-Kommentar unter dem letzten Video. Kannst du ein aktuelles Video zu high machen? Was sich verändert hat, ETC wäre cool. Und ich glaube, es ist jetzt wirklich ein perfekter Zeitpunkt, ein Update-Video zu high zu machen, denn da ist in letzter Zeit so viel passiert. Nicht nur den Plattform-Launch, den wir gesehen haben. Wir haben ein riesiges Proof-of-Concept-Test eigentlich in Berlin gehabt mit den ersten 250 Displays. Wir haben die erste Umsatzbeteiligung ausgeschüttet bekommen. Und es passiert einfach momentan so, so viel bei, dass ich mir gedacht habe, ich muss jetzt unbedingt mal ein Update-Video zu dem ganzen Thema machen. Ich denke, die meisten von euch haben, wie gesagt, das ganze Umsatzbeteiligungsthema mitbekommen. Das heißt, die meisten von euch werden ihre erste Umsatzbeteiligung bekommen haben. Die war natürlich jetzt am Anfang noch nicht gigantisch. Aber Leute, das liegt einfach daran, dass wir, wie gesagt, jetzt erstmal in Berlin getestet haben, ob das ganze Konzept von high, die ganze Plattform interessant für Kunden in der Außenwerbeindustrie ist. Und ich kann euch jetzt schon sagen, Leute, die Kunden waren begeistert. High hat wirklich in kürzester Zeit riesige Firmen wie About You, Netflix, N26, die Polizei Berlin, Universal. Also wirklich riesige Firmen. Ich denke, man kennt eigentlich fast jedes einzelne Unternehmen, was man hier auf diesem Bild sieht, hat angefangen, die High-Plattform zu nutzen, um Außenwerbekampagnen zu schalten. Das heißt, alles, was jetzt passiert, wir haben nicht das Problem, also an sich haben wir überhaupt gar kein Problem bei. Das einzige Problem an sich ist, dass wir jetzt mehr Displays brauchen. Also mehr Displays. Die Displays sind komplett ausgelastet. Ich denke, wenn ihr in Berlin wohnt und jetzt in den letzten Wochen mal am Kudamm entlang gelaufen seid, dann werdet ihr auf jeden Fall auch mal an einem High-Display vorbeigelaufen sein. Und man muss einfach sagen, die ganzen Displays, die bis jetzt existieren, die 250 Stück in Berlin, sind fast alle zu 100% ausgelastet. Es kommt jetzt noch ein Geheimprojekt dazu, das High-Geheimprojekt. Da kommen auch noch mal ordentlich, ordentlich Displays on top. Über 300 Displays kommen da noch mal dazu. Das heißt, jetzt geht es wirklich darum, nachdem man gesehen hat, okay, das Konzept dieser Plattform ist extrem interessant. Und alle Kunden sind komplett begeistert. Selbst riesige Firmen, die ja schon seit Jahren, seit fast schon Jahrzehnten Außenwerbung betreiben, sind von diesem neuen Konzept komplett überzeugt und begeistert. Muss man einfach sagen, jetzt geht es darum, dass High natürlich ihre Displays skaliert. Das heißt, das Geld, was jetzt geraced wird, Leute, das fließt in neue Displays. Das heißt, wenn, sobald ihr an sich investiert oder euer Geld, was ihr investiert habt, wird jetzt zum größten Teil dafür verwendet, neue Displays aufzubauen, was natürlich in höherem Umsatz resultiert, was natürlich in höheren Umsatzbeteiligungen an euch natürlich dann auch resultiert. Das heißt, wir haben momentan jetzt einfach, es startet jetzt einfach dieser exponentielle Wachstum bei, ihr wisst es ganz genau, bei jedem Startup der Welt ist an sich wirklich der wichtigste Punkt, ist der wichtigste Punkt, dass das Proof of Concept funktioniert und da wirklich gezeigt wird, okay, dieses Konzept, was dieses Startup in den letzten Jahren erarbeitet hat, funktioniert und die Zielgruppen, die sie ansprechen und das sind eben diese riesigen Kunden und diese riesigen Firmen wie Universal, N620 und Netflix, sind auch von diesem Konzept überzeugt und nutzen es. Das ist das Wichtige. Sobald dieser Punkt erreicht wird, geht es nur noch darum, den Umsatz zu nehmen, den Gewinn dieser Umsätze zu nehmen, das neu geracete Geld zu nehmen, mehr Displays aufzubauen und dieses Konzept dann auszubauen. Das heißt, an diesem Punkt befinden wir uns jetzt, das heißt, wir befinden uns jetzt gerade am Start des exponentiellen Wachstums bei und ich freue mich unglaublich auf die nächsten Jahre. Das war jetzt das, auf das ich eigentlich auch die letzten zwei Jahre bei Heige wartet habe, dass einfach der Proof of Concept stattfindet, dass die gesamte Plattform einwandfrei funktioniert, dass die Umsatzbeteiligungsausschüttung funktioniert, dass man wirklich sieht, dass eben große Firmen und die Kunden einfach auch begeistert von dem Konzept sind und genau das haben wir jetzt eben bei Heige gesehen und ich denke einfach, der exponentielle Wachstum wird jetzt starten und ihr wisst, wie es beim exponentiellen Wachstum ist, es geht einfach immer schneller, umso weiter wir jetzt in den nächsten Jahren nach vorne schreiten. Ansonsten Leute, ganz klare Sache, falls ihr euch noch für Heige interessiert, ich glaube, der STO, also es wird jetzt bald die letzte Tokenstufe erreicht beim STO, das heißt, es wird nicht mehr, der STO wird nicht mehr lange laufen, das heißt, falls ihr euch jetzt nochmal für das ganze Thema Heige interessiert und ihr euch damit noch nicht auseinandergesetzt habt, ich kann es wirklich jedem von euch ans Herz legen, es ist eines der Startups, wo ich momentan wirklich am überzeugtesten von bin, wie gesagt, ich bin ja auch schon seit zwei Jahren investiert, das heißt, kleiner Disclaimer hier an der Stelle, natürlich ist es in meinem eigenen Interesse, dass ihr bei High investiert, ich will das hier natürlich in dem Video nur klarstellen, einfach aus dem Grund, denn mit eurem Geld werden dann mehr Displays aufgebaut, der exponentielle Wachstum geht dann nochmal schneller voran, die Umsatzbeteiligungen werden dann größer, das heißt, ich muss das hier als Disclaimer sagen natürlich, ich habe natürlich auch was davon, wenn ihr bei High investiert, einfach aus dem Grund, weil ich ja schon sehr, sehr lange sehr, sehr groß bei High investiert bin und dadurch, wenn High exponentiell wächst, die Umsätze hochgehen, kriege ich mehr Umsatzbeteiligung, das heißt, ich profitiere davon auch, dann könnt ihr einfach mal in der Videobeschreibung vorbeischauen, Leute, ich habe tatsächlich als allerletzten Bonus-Link, den es jemals jetzt bei High geben wird, nochmal 15% Bonus für euch organisiert, mehr wird es wirklich niemals geben, das machen die High-Jungs immer sehr, sehr nett, weil die Community, also ihr jetzt High ja auch in den letzten Jahren unterstützt habt, mit natürlich auch Geld und so weiter und so fort und ohne euch wäre jetzt High auch nicht an dem Punkt, wo sie heute sind, das heißt, als kleine Bedankung gibt es nochmal 15% Bonus jetzt hier für die vorletzte Token-Stufe, das heißt, falls ihr euch über den Link in der Videobeschreibung beim High-Dashboard registriert und euch dann entscheidet, eben in Ethereum oder Bitcoin zu investieren, das geht super einfach, da könnt ihr einfach hier BTC anklicken, kriegt eure Adresse, könnt da dann ganz easy investieren, kriegt eure Token, wenn ihr per Euro-Überweisung investieren wollt, müsst ihr zuerst ein KYC machen, das heißt, ihr geht dann einfach hier runter und seht bei Profile, könnt ihr draufgehen, könnt euren KYC machen, dann kriegt ihr halt einfach ganz klar die Euro- und USD-Variante freigeschaltet, das heißt, dann könnt ihr einfach per Euro-Überweisung investieren und falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann sage ich euch, geht hier oben auf der High-Webseite, sobald ihr euch über den Link in der Videobeschreibung registriert habt, geht ihr hier auf Go to Webseite, dann kommt ihr auf die ganz normale Webseite und dann könnt ihr hier auf Investieren klicken, Leute und dann kommt ihr hier auf diese Seite und da ist ganz klar nochmal alles beschrieben, da könnt ihr euch das Investorendeck anschauen, könnt euch hier mal den Trailer anschauen, wie das alles mit der Umsatzbeteiligung funktioniert, könnt ihr euch anschauen und so weiter und so fort, damit ihr auch wirklich ganz genau versteht, in was ihr investiert, bevor ihr investiert und ansonsten, Leute, könnt ihr natürlich auch hier unten, ganz hier unten auf der Seite, wenn ihr zum Investieren geht auf invest.high.tech, könnt ihr hier unten gehen und euch einen Call vereinbaren mit Fritz frei, das heißt, ihr könnt da einem der Co-Founder von High, könnt ihr euch ein Telefonat vereinbaren und könnt einfach all eure Fragen nochmal stellen, die können euch eure Fragen auch wunderbar beantworten, die können euch auch mal eine Tour geben per Videocall, im Office Berlin und so weiter und so fort, das heißt, falls irgendwelche Fragen bestehen, Leute, bucht euch einfach einen Call und nehmt auf jeden Fall jetzt nochmal diese letzten 15% mit, denn die wird es so nie wieder geben, wie gesagt, der Tokenpreis geht auch bald das letzte Mal dann nochmal hoch, bevor der STO dann beendet wird, das heißt, so lange wird das Ganze jetzt hier sowieso nicht mehr laufen, aber Leute, genug jetzt hier zu diesem Update, wie gesagt, falls ihr euch jetzt doch nochmal dazu entscheidet zu investieren, vielleicht seid ihr schon investiert und legt nochmal nach, ich kenne viele Zuschauer und auch generell viele Investoren bei High, die einfach wirklich immer Stück für Stück immer mal wieder ein bisschen Geld investieren, das heißt, falls ihr das noch machen wollt, es gibt jetzt nochmal 15%, der einzige Bonuscode, den es jetzt nochmal auf der Welt für den restlichen STO bei High geben wird, der ist jetzt gerade in der Videobeschreibung und den könnt ihr euch jetzt, wie gesagt, abholen, einfach draufklicken, euch beim High-Dashboard registrieren und dann könnt ihr auch schon mit Bitcoin, Ethereum investieren oder halt, wenn ihr euren KYC macht, eben mit Euro oder USD, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bucht euch einfach hier auf invest.high.tech einen Call und dann könnt ihr da auch alle Fragen nochmal wirklich in einem persönlichen Gespräch beantwortet bekommen. Na ja, Leute, schauen wir uns jetzt den Bitcoin-Kurs etwas genauer an, ich hoffe, Leute, die Leute, die jetzt nicht bei High investiert sind oder die nicht in High investieren wollen, nehmen es mir jetzt nicht übel, dass ich am Anfang des Videos so ein kleines Update gemacht habe, ich denke aber einfach, dass viele von euch bei High investiert sind oder ich weiß, dass viele von euch bei High bereits investiert sind und deshalb denke ich, war es doch ganz wichtig, euch da jetzt einfach mal so ein Update zu geben, weil es ist ja jetzt doch sehr, sehr viel passiert, vor allen Dingen das Proof of Concept war halt einfach ein riesiger Schritt in die richtige Richtung, jetzt geht es einfach nur noch darum zu skalieren und das ist in den meisten Fällen, wenn das Konzept funktioniert, ist das Skalieren eigentlich gar nicht so ein großes Problem. Na ja, Leute, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Kurs etwas genauer an. Wie gesagt, was haben wir jetzt hier in den letzten Tagen gesehen? Eine Konsolidierung um die 11.000 Dollar herum und ich werde euch jetzt einfach mal ganz kurz und knackig, damit ich euch auch nicht zu viel Zeit hier heute am Sonntag klaue, ich werde euch ganz kurz und knackig sagen, was wir jetzt erwarten können, Leute. Ich gehe sehr stark davon aus, dass wir jetzt erstmal nochmal eine Korrektur sehen und wir hier einen doppelten Boden formen werden, Leute. Bitcoin liebt einfach doppelte Boden. Ich glaube einfach, dass hier der Widerstand momentan einfach zu stark ist. Wir sind jetzt auch während des Videos um 100 Dollar hier beim Bitcoin-Kurs bereits gefallen. Das heißt, ich glaube, wir werden jetzt hier über die nächsten Tage eine kleinere Korrektur nochmal runter auf ungefähr 10.300 Dollar sehen. Vielleicht halten sogar die 10.500 Dollar direkt. Aber wie gesagt, sowas in den Bereichen werden wir mit dem Bitcoin-Kurs, denke ich, erst nochmal fallen. Hier werde ich tatsächlich mit Fiat-Geld nochmal Bitcoin nachkaufen und ich werde hier jetzt dann auch eine weitere Long-Position eröffnen. Das sind eigentlich die zwei Schritte, die ich machen werde. Ich werde hier um die 10.300, 10.500 Dollar erneut long gehen und ich werde hier erneut Bitcoin nachkaufen. Und viel mehr gibt es eigentlich zum Bitcoin-Kurs gar nicht zu sagen. Ich glaube, der Widerstand hier ist einfach noch zu stark, dass wir den nach oben hin durchbrechen. Halte ich eher für unwahrscheinlich. Ich werde jetzt hier auch keine Long-Position eröffnen. Und wie gesagt, ich werde darauf warten, dass wir die 10.300 bis 10.500 Dollar antesten. Dort werde ich nochmal ordentlich an Bitcoin nachkaufen. Denn ihr wisst es vom letzten Video, Leute. Ich bezweifle, dass wir mit dem Bitcoin-Kurs nochmal großartig unter die 10.000 Dollar fallen werden. Das heißt, das kann wirklich, diese Korrektur jetzt hier mit diesem doppelten Boden, kann wirklich eine der letzten Möglichkeiten sein, Bitcoin nochmal unter den 11.500 Dollar zu kaufen. Und vor allen Dingen wird es auch eine der letzten Chancen sein, höchstwahrscheinlich zu 80 Prozent, wie wir es ja im letzten Video besprochen haben, wird das auch eine der letzten Chancen sein, bei unter 10.500 Dollar nochmal eine Long-Position zu eröffnen. Das heißt, das werde ich natürlich auch machen. Mit einem etwas kleineren Hebel werde ich hier jetzt anfangen, sehr, sehr große Long-Positionen während dieser Konsolidierungsphase hier zu eröffnen. Einfach aus dem Grund, weil ich die dann logischerweise mit in den nächsten Bullenmarkt nehmen will. Na ja, Leute, ich würde sagen, wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben. Da, wie gesagt, ich würde mich über die 1.000 Daumen nach oben hier bei diesem Video freuen. Dann ansonsten schreibt mal einen Kommentar mit eurer Meinung zu diesem Video und eurer Bitcoin-Adresse. Dann könnt ihr auch schon die 50 Dollar in Bitcoin gewinnen. Ich werde in den nächsten Tagen direkt schon wieder in Frankfurt sein, denn werden die Gewinner natürlich live in den Videos rückwirkend ausgelost. Und ansonsten, Leute, beschäftigt euch jetzt vielleicht, wenn ihr am Sonntag nochmal ein bisschen Zeit habt, falls ihr es noch nicht getan habt, eigentlich auf jeden Fall mal mit High. Denn da passiert momentan so viel. Und dadurch, dass der STO bald zu Ende ist, denke ich einfach, dass es relativ sinnvoll ist, sich da jetzt nochmal mit auseinanderzusetzen, bevor der Tokenpreis dann nochmal hochgeht, bevor es nie wieder so einen Bonus geben wird und vor allen Dingen, bevor der Token-Sale generell komplett zu Ende ist und man dann gar nicht mehr investieren kann. Deshalb, Leute, nutzt diese Chance auf jeden Fall nochmal, beschäftigt euch damit. Wie gesagt, kleiner Disclaimer, ich bin groß bei High investiert. Das heißt, wenn ihr investiert, unterstützt ihr, also profitiere ich davon natürlich auch in einer gewissen Art und Weise. Das heißt, das muss ich einfach nur hier so als kleiner Disclaimer sagen. Und ansonsten, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns die Tage wieder, höchstwahrscheinlich morgen in einem Video. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.